hallo welt da sind wir wieder hier bei der lieben sandra hallo sandra ja hallo youtube hallo ritchie da sind wir wieder und kurz bevor wir die aufwendung gestartet haben wurde ich angegriffen von einem wolf und von den zwei weil ein vorratspaket hier runter gekommen ist die sind leer bei mir ja vielleicht weil du noch nicht da warst ja wahrscheinlich aber ich habe gewartet bis du kommst auch guck mal wir haben hier ein pferd was wollen wir denn heute machen schönes haben uns irgendwas auf der karte markiert bitte wir haben uns nichts auf der karte markiert das heißt wir können frei auswählen hier ist zum beispiel zielübung und schatzsuche in der nähe kommen wir da mal hin ja erst bitte du fährst ich war so nur 390 meter oder moment ich kann es ruhig schon mal ich wollte gucken ausbruch verfolgen story modus ach das ist rasch das wollten ja noch nicht keine mission vorhanden 1000 worte bilder sollten wir ja wenn wir so finden da vorne ein plünderer schnapp ihn dir ich überfahre ihn nicht ganz getroffen jetzt aber das auf hinter dir da ist noch eine jawohl plünderer erwischt hast du ihn geplündert ja haben wir erwischt den plünderer gut fahren wir weiter das mir wieder die leiche ach so kann ich die noch plündern ne plünderer voll und böser 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 hund hast schon ein wilder hund den habe ich erwischt das oder ich möchte das ja nehmen möchtest du das auch den bahn hier ja ach da bist du ja schon raus lehnen raus lehnen uff egal der zaun der stand schon da wo bist du raus ja wir sind da vorbildlich geparkt ich schieße jemanden ja ja die hält kann schon was aus was so notiert nein verbindung unterbrochen ok ok dann schleich ich alleine hier weiter es ritt hier wieder da ist oh es brennt wieso brennt es hier verdammt ich wollte aber wo ist die andere leiche richi bist du wieder da nein dann warten wir noch wo ist denn die leiche die leiche verschwinden hier die haben wir gar nicht ein schwein oh gott nicht nur eins sondern zwei du bist offline ich bin offline wird mir sorgen gezeigt ja ich bin ich bin hier am kämpfen schwein dieses schweinschen ja dann passiere ich mal kurz und schauen mal was los ist so wir warten noch auf fritzschi schon unterwegs wildschweinhaut irgendwo höre ich schießereine fähne partners gespawnt ich bin tot wieso bist du tot ich wurde teleportiert und dann bin ich gestorben irgendwo in der luft oder unten in der erde das spiel uns heute nicht lieb vielleicht ist ein bisschen viel los heute obwohl mittwochs oh nein ich glaube es hat sich aufgehängt hier bei mir zumindest sehe ich gerade nicht dass ich hier irgendetwas tut also gut du bist wieder offline angezeigt wirst du wieder moment so richie ist im spiel beigetreten sehr schön irgendwann kommt ja ich werde schon gleich kommen ich sehe schon schmetterlinge hasen und hirsche jo ich stehe auf dem dach jo da war ich auch gerade ich habe ein paar wildschweine erlegt auch die sind schon weg dann komm mal hier runter eher gesagt loot mal noch ein bisschen wurde was siehst zum looten die die habe ich nicht gefunden danke wobei die in den blümchen okay Komponenten. Hier sind noch mehr Komponenten. Und noch mehr Komponenten. Annadins Schrottplatz. Und hier in der kleinen Hütte Scheune ist auch noch was für dich. Wahrscheinlich. Und die Schlange hier, kannst du vielleicht auch noch plündern? Schlange? Nein. Da war ich weg. Okay. Ich habe sie nicht getötet. Die war schon tot. Oder aus Versehen. Aha. Ja. Gut. Dann haben wir hier was zum Lesen, Richie. Ah, da komme ich nicht dran. Jetzt? Nein. Es ist nichts da. Wieso? Ah, kann ich das dann nur? Oder wie? Präpper versteckt. Ja, ich glaube, diese Startgeschichten, die sind dann für dich immer, ja. Notiz der Highwaymen. Die ganzen Zahnräder und das restliche Zeug, das hier überall herumliegt, lassen vermuten, dass hier jemand irgendeine Maschine bauen wollte. Was es auch ist, wird sicherlich riesig sein. Sieh dir die Gegend an und sag Bescheid, wenn du sie findest. Vielleicht ist es etwas, das wir gebrauchen können. Okay. Hier ist noch irgendwie, was ist das eigentlich? Eine Tür oder so? Ja, ich glaube, es ist so ein Präpper-Versteck. Ein Bunker, Bunker. Verschlossen, von innen, abgeschlossen. Ach toll. Von innen. Im Suchgebiet. Wir müssen was finden. Ja, vielleicht diese Schlüsselkarte, um da reinzukommen. Toll, wo soll das sein? Von lauter Blumen sehe ich nichts. Hier ist ein Loch. Oh. Hier. Da, wo ich stehe, wo ich hüpfe, hier. Ein Loch. Wollen wir da rein? Na ja. Eine Taschenlampe? Wasser gibt es hier. Au, ich habe mir weh getan. Hier wäre auch ein Ausgang. Haha. Ich habe gar nicht gute Spinnen brauchen. Ja, das wusste ich nicht, dass da noch ein Zugang ist. Oh, du hast etwas gefunden. Hol dir den Vorrat. Okay. Okay. Ziehen. Passiert nix. Ah. B. Und jetzt da. Hier liegt ein Brief. Warte, ich bin am Schießen. Äh, irgendwie ein Rätschel oder so. Die Verbindung zum Horst ist unterbrochen. Oh je, schon wieder? Schon wieder, ja. Und das Mikro ist wieder so superlaut. Dann würde ich sagen, beenden wir aber den Part. Oder? Und versuchen das mal zu regeln da. Ja, also wenn ich das alles rausschneide, was da gerade schiefgelaufen ist, dann wird der Part sehr, sehr kurz sein. Also ich schätze mal so 13 Minuten ungefähr. Ah, okay. Aber gut, wir können ihn beenden. Okay, dann beenden wir ihn und sagen vielen Dank fürs Zusehen. Ja, für eure Kommentare, für eure Tipps und Tricks, lieben Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.